So Leute, willkommen zurück zum Pokémon... äh, zu Pokémon Schwert, mein Gott. So, willkommen in der Arena Challenge. Möchtest du in unserem Stadion antreten? Ja! Dann bitte ich dich zuallererst dort drüben in der... ja, Uniform tragen. Hier, nimm diesen Fallgrubendetektor, den brauchst du für die Arena Mission. Okay, das heißt, das wird wohl wirklich eine Boden-Challenge. Ich dachte, es wäre Eis, weil wir hier in einer Eisstadt sind, aber ist in Ordnung. Ich nehme auch gerne an einer Boden-Challenge teil, beziehungsweise Stein, ist ja nicht Boden. Aber Fallgrube klingt halt mehr nach Boden. Nun, soll ich dir die Regeln der Arena Mission von Sir Chester erklären? Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in eine solche Fallgrube plumpst, wird zur letzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg! Kannst du mich hören? Versuch sie den richtigen Weg, Sir Chester. Okay, hier scheint die direkt vor mir zu sein. Oh. Sehr gut. Ach, das ist alles dicht. Okay. Ich muss noch ein Gefühl dafür entwickeln. Na, hast du dich schon dran gewöhnt, im Sir Chester Stadion herumzulaufen? Ja. Ich glaube, jetzt geht's. Wenn man sich erstmal so ein bisschen Wüßchen eingefunden hat, dann geht das. Ja, machen wir einfach einen Präzisionsschuss. Es hat wahrscheinlich eh hier Robustheit und geht nicht drauf. Es hat keine Robustheit und geht drauf. Okay. Pit, hast du mir eigentlich geschrieben, wie sich Snom-Nom entwickelt? Wenn nicht, mach mal. Du hast im Kampf so selbstsicher gewirkt. Jetzt geht Männlicht auf. Das vibriert viel zu spät. Okay, hier ist direkt eine. Bedeutet, hier rum. Okay. Aha. Genau so weiter. So, aktiv ein, konzentrier dich. Okay, hier vorne ist garantiert eine. Nee. Okay. Aber da ist eine. Okay. Hier ist auch direkt eine. Da auch. Okay, bedeutet, darum... Hier ist aber auch eine. Okay, okay, okay. Warte mal. Hier ist eine. Ah, okay. Da war keine. Okay, okay. Nichts geht über Gestein-Pokémon. Sie sind einfach die allertollsten aller Pokémon. Ja, den gibt es auch noch. Ja, Rezessionsschuss, Fragezeichen. Oh, Dorian ist ein Level hoch. Entwickelt er sich jetzt? Ich will, dass er sich entwickelt. Hast du gesehen, wie toll sie sind? Ein Schuss weg. So viel habe ich da jetzt nicht gesehen. So, kann ich direkt hier rüber? Offenbar nein. Doch, hier oben rum. Okay. Wissenswertes für Mac-Fans Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Meinst du jetzt den Computer? Nee, der ist nicht gut. Ach ja, den kennen wir schon. Aber ich glaube, der hat keine Robustheit. Er sieht zumindest nicht so robust aus. Bedeutet, das wird ein kurzer Kampf. Wissenswertes für Mac-Fans Teil 2. Er ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. Wartet mal, wir haben hier Liegekarten bekommen. Die haben wir noch gar nicht gelesen, ne? Album, ja. So, Yarrow, Kate, Rose. Haben wir Betis gelesen? Ja, das hatten wir gelesen. Cabo hatten wir gelesen. Hatten wir Papella gelesen? Ja, stimmt. Das hatten wir gelesen. Roy hatten wir gelesen, ne? Hatten wir Cider gelesen? Ich glaube, ja. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten. Ja, ja, genau. Mary hatten wir bei Mary gelesen. Als Kind war sie sehr weinerlich. Doch als sie von ihrem Bruder ein Pokémon bekam und mit ihm spielte, wurde sie positiver und entwickelte ein Talent als Pokémon-Trainer. An der Arena-Challenge nimmt sie zum Wohl ihrer... dem Verfall preisgegebenen Heimatstadt Pikeford teil. Mittlerweile ist sie jedoch... auch die... Was? Mittlerweile haben jedoch auch die Boutiquen in Gala ihr Interesse geweckt. Obwohl sie in ihrer Heimatstadt zu einer echten Berühmtheit geworden ist, scheint sie das selbst wenig zu interessieren. Das macht ihr aber offenbar Mut, dass sie von Team Yel unterstützt wird. Und das da ist Mac. Ein aufstrebender Nachwuchstar, in dem viele schon in zukünftigen Camps sehen. Er strebt danach, Kämpfer auf stilvolle Art für sich zu entscheiden und somit das Klischee zu widerlegen, Experten in Sachen Gesteins-Pokémon hätten einen groben Stil. Er versteht es, seine Fans bei Laune... Ups. ...bei Laune zu halten und er freut sich großer Beliebtheit bei der Presse. Äh, bei der Presse ist er... Großer Beliebtheit. Bei der Presse ist er aber eher dadurch berüchtigt, sich nach einer Niederlage wortlos in den Wartebereich zurückzuziehen. Gerade diese Eigenart beschert ihm jedoch bei seinen Fans Pluspunkten. Aha, das waren dann alle. Okay, heißt ich muss hier hinten rum. Ach, Moment, kann man die Fallgruben sogar sehen? Nee. Ich dachte gerade. Okay, hier stehe ich direkt davor. Das heißt, jetzt hier durch, hier rum und hier rauf. Durch dieses Minenfeld habe ich mich ganz gut durchmanövriert, finde ich. Jetzt wirst du weniger sehen können. Du wirst weitergehen müssen, auch wenn du nichts siehst. Okay, da bin ich direkt an so einem Ding. Hier längs. Ist doch aufregend, oder? Ihr mich auch. Wie, hier bin ich auf einer Plattform, aber kein Trainer. Ich bin enttäuscht. Okay, Sicht wird enger, bedeutet... Genau. Da sehe ich doch... Da, ich sehe dich, Arena Challenger. Ja, ein Mogelbaum hat keine Robustheit, bedeutet einen Schuss weg. Mogelbaum besitzt Robustheit. Und es hat einen Holzhammer, oh Gott. Der Rückstoß hat es zwar umgenietet, aber das war verflucht viel Schaden. Dich habe ich zwar entdeckt, aber deine Schwarzstelle leider nicht. Warte mal, das hier verstärkt... Verstärkt spezial... Auch spezialangriffbasierende Attacken. Das wäre ja eigentlich was für Andi, ne? Wir brauchen ja nicht so viel Geld. So, Metallmantel, verstärkt Attacken vom Typ Stahl, ist jetzt die Frage. Ähm. Stahl von Speer, ja. Lichtlehm, löst das bei irgendwem was aus? Ne. Zockererdbeere. Samtglocke, Griffklaue. Item zum Tragen. Buschel, Magnet, ne. Ich weiß halt nicht... Okay, ich kann hier einfach durchgehen. Mich würde halt interessieren, wodurch sich Dorian entwickelt. Hier wird die Genauigkeit. Brauchen wir zwar bisher nicht, aber Konstantin darf das ruhig mal tragen, wenn wir sonst nichts haben. Obwohl, Blendpuder senkt die Genauigkeit des Gegners. Das wäre vielleicht auch was. Dorian darf das. Okay. Achso, ne. Ich war ja eigentlich im Beutel zum Heilen. Genau. Da war was. Würde vermutlich schon reichen, aber komm, Alex. Alex darf noch mehr. So, da ist dicht. Das heißt, hier raus. Okay. Hier längs. Das heißt, man lernt durch seine Fehler. Die sagen das so, als wäre ich hier schon in... Okay, ne. Da ist falsch. Das ist aber auch falsch. Die sagen das so, als wäre ich schon in irgendwas reingelaufen. Okay, ne. Da ist direkt eine Fallgrube. Oh. Aber da, da ist falsch. Okay. Ja. Kein Problem. Dafür, dass wir nichts gesehen haben, relativ einfach. Gab's sogar teilweise mehr als einen Weg hier durchzukommen. Dementsprechend, ja. War einfach. War machbar. Sagen wir es mal so. Jetzt darf ich das Ding endlich ablegen und wieder rennen. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Okay. Ja, ich darf ja selber laufen. Das vergesse ich immer. Es ist relativ dunkel hier drin. Ich bin Mac. Tut mir leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die übertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Was ist wieder so lau? So, Mac. Hast du auch Cheese dabei? Ja, Dynamaxieren brauchen wir noch nicht. Na? Ausbruch. Verteidigung sinkt. Die Spezialverteidigung sinkt. Angriff steigt. Spezialangriff steigt. Okay. Und die Initiative, damit er euer zuerst angreift. Einfach. Das mit den Wassersäulen macht das auch so cool. Als wenn es so in die Luft tippt und die Dinger da einfach erschafft. Oh, Powerpunch. Powerpunch wäre halt schon cool. Aber es kostet halt eine Runde, ne? Nee. Potrot. Potrot hat eine hohe Verteidigung. Aber es hat absolut keine Angriffskraft. Wie viele Pokémon hat der Kerl? Vier? Und? Ich habe es eben nicht genau gesehen, weil er auf meinem Bildschirm ist. Ihr wisst, oben abgeschnitten wegen der Capture Card. Etwas kleineres Bild. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht müsste ich auch einfach das Bild nur einstellen. Humanolith? Was ist das? Ach, was bist du denn? Das hat so ein bisschen die Farben von dem Hasen. Das Dynamax-Zian heben wir uns für die letzte Runde auf. Monte Carbo. Nein, ich bin noch nicht zu Staub zerfallen. Ich kämpfe weiter. Oh, die letzte Entwicklungsform von der Kohle. Okay. Denkt an Pokémon-Camp. Jetzt nicht. Ach hier. Das ist doch unser Detektiv, ne? Gut. Giga Dynamax. Leider noch nicht das, was man im Trailer zum DLC gesehen hat. Na? Ich werde zu einem gigantischen Fels. Ja, Giga Dynamax. Okay, ist ein Giga Dynamax. Da bin ich gespannt. So viel anders sieht es jetzt gar nicht aus. Ein bisschen, ja. Aber davor soll ich jetzt Angst haben? Einfach geflutet, das Vieh. Es fängt an zu regnen, ja. Warum explodiert es? Ich habe es nass gemacht. Da dürfte es gar nicht mehr explodieren können. Überflutung. Das klingt gut. Oh. Ah. Ändert damit den Typ in Wasser. Nee. Nee, will ich nicht. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Jetzt bin ich baff. Aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier der Gesteinsorden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 50 fangen. Mach dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mech. Als Anerkennung der Leistung überreiche ich dir diese TM. Du hältst Felsgrab. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiative wert des Ziels gesenkt. Und hier noch eine Nachbildung von Mechs Uniform. Ohne die ist der nur halb so cool. Ja, Gesteinsuniform ist mir jetzt nicht so wichtig. Der Gesteinsorden steht ja gut, Wolf. Äh, nur weiter so, Wolf. Danke. Danke sehr. Ich hätte nicht rausgehen sollen, ne? Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant hier in Surchester. Lass uns dort doch einfach feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir ganz und gar nicht jetzt. Weil ich kann jetzt gar nicht. Ich würde nämlich gerne noch was essen. Und muss die Aufnahmen hier langsamer hochladen. Die ich die letzten Tage gemacht habe. Und, ähm, ja. Ich habe nachher noch Nachhilfe. Also nicht ich, sondern ich gebe mal wieder. Und Wolf muss Geld verdienen. YouTube bringt zu wenig. Wolf braucht Geld. Gut, Leute. Aber ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar. Ich bitte um Verzeihung. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Naja. Ihr lasst mir auf jeden Fall jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht. Mit, äh, Pokémon Schwert. Bis dann. Euer Wolf. Einen Daumen nach. Einen Daumen nach. Vielen Dank.